meine damen und herren hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren folge im ls 22 zusammen mit mir auf der hochbeugung und einen wunderschönen so ich bin jetzt hier wie man sieht schauen wir wieder auf dem rückweg vom 512 vom wenden wieder zum hof weil er entgeht mit dem NE16 ans schwaden durch das dass der einzige war wo es jetzt nur das im einsatz wo für die gräser unfall fast wer wird der von schmarrer noch immer bei der johnny bleibt jetzt von mir weg für die werde jetzt ende der woche wahrscheinlich seit wir sie wieder haben das heißt wenn alles gut läuft nächste woche käme dann schon wahrscheinlich abwechslend holgen von forscht und hof weltmann und natürlich wieder 80er projekt am sonntag wenn es klappt kann man natürlich noch nicht genau alles vorher rein sagen aber ist immer angeplant sagen wir es so ja mal schauen wir weiter in der heutigen folge kommen durch das dass in der letzten folge die kleine problematik mit dem inventer da waren mit dem feller hat das ja unseren vorherigen plan zurückgewerfen aber wir sind am schlussendlich da noch mal drauf gekommen dass man da eine wunderschöne f1 minute umschalten kann zwischen wenigstufe standard mit z aufbereitet angewägt oder heu und ja kommen wir da doch noch mal aufgerufen und dann ist sowas wahren so kurz da kommt die bild da ab aber nein ist gut ausgefahren und da war so ein Fenster stelle ich gleich mal einen stelle da den drei muss sowieso ja da nun mal so kann ja gleich nur umfohlen muss ich laufen so stelle ich aber gleich da hin weil ich weiß nicht ob wir ihn noch brauchen ich kann ja genauso immer doch noch mal heu machen vielleicht auch für mission theoretisch ist es möglich und das war eine man unter so wunderbar die wir dazu hat er ja schon sterben da steigen wir meinen großen favorit eine so ja das kann man theoretisch mal herklappen so machen wir alles auf schon mal um machen lauf da schon mal ein bisschen da ist es natürlich schon ein operierer sound radio hat ja gps aufgebaut wie man sieht wir gucken auch dann weiß es schon wenn wir das ist ja schon ein war oder das heißt wir brauchen keine gomöde anlegen du ja sagen mit linken nervt so wirst du jetzt dann noch mal hoch so 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 jetzt kommen wir aber ich denke mir der macht sich vom schwad ganz gut so 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 Ja doch, dann müssen wir es eigentlich gut passen. Ja, dann müssen wir ein bisschen weiter nehmen. Darf ich schon schauen, wenn wir das sauber aufhängen. So, ja, den Rest können wir es auch noch machen. So. Ja, da habe ich perfekt gepasst. Zupfen noch. Schleich noch. Und dann sind wir schon fertig. Nichts mehr noch? Nein, geht. Holt noch einen Abstand. Ja. Die Uhr ist auch alles gespannt. Viel Spaß. Ich habe hier natürlich noch ein 50er, das heißt. Wir sind ja noch kurz an der Fläche angekommen. Hier tut nichts. Haben wir eine gewisse Reihe raus und eine Sound-Aus. so machen wir da halt nur noch mal kurz und dann laden wir voll durch naja verfahren russisch ist auch ein bisschen mehrer kanter noch aber das hat ein wenig so ausgeschaut ist natürlich schon ein bärger sound also es hört so in meine aufnahmen der philippe ist auch noch einen guten sound so ich sehe da da habe ich schon gute schlepper rausgesucht das ist jetzt auch schon weil ich das mit dem pödinger geschwadelt habe das letzte mal dass ich mit ihm geschwadelt habe auch auf der untergrößbo im 19er und im 3.13er gleich was von silko sind wir ein bisschen gewachsen okay nachgeschrieben normalerweise müsste er auch rückfahren in richtung um ja oder auch das heißt wir können da auch mal schmetterling noch hängen beziehungsweise an heck um kombination gibt es denn weil er so das ist mir dann auch nicht alle tage wenn man es wahrscheinlich da ist wahrscheinlich eher nicht brauche weil viele wiesen oder so große wiesenflächen gibt es jetzt da nicht aber wenn wir mal ein bisschen wiesen au sein wenn wir mehrere biogas am tag steigen was wir auf jeden fall vor haben alles gut gett bringt so sie uns da noch mit der kone ultima So, klappen wir mal auf. So, dann müsst ihr euch von der Vorstellung, ich kann es schon so passen. Ah, dann könnt ihr euch das machen, aber das ist ein Schwarz. Es ist dann aber egal, was ihr euch hier seid, oder? So, dann könnt ihr euch mal schauen, wenn wir euch hier sehen. Also, wenn ihr euch hier seid, wenn ihr euch hier seid, dann geht's. Dann habt ihr euch hier ein Schwarz. das heißt das ist ein gutes Zeichen das heißt wir schwaden noch einmal so und dann am Gegenruhrzeige sind ich kann dann schauen, ja doch ich glaube die schwaden noch so da haben wir keine so scharfe Ecken, da können wir noch gerne pressen beziehungsweise so scharfe Ecken da haben wir jetzt auch, aber keine Kurven, so wie man so aber doch, der passt ganz gut von Schwaden auch so fehlt sie nichts ich glaube wir könnten ihn in der Breite auch noch ein bisschen verstellen aber da habe ich im nächsten noch ein bisschen Probleme gehabt, weil er dann teilweise manche Sachen nicht mehr abgeklappt hat deswegen lassen wir das jetzt einmal so wie es ist wir haben ja trotzdem noch gute Braten das hin und da haben wir auch noch ein paar Bilder, aber es ist dabei oder bis, wir haben noch einen kleinen Blüten, dann gehen wir wieder nach die merken, wenn wir ansieht gehen das sieht man entlang aber ist einfach nicht viel jetzt wofür wir dann fahre wir jetzt mal und dann gehen wir wieder raus, nach Ansicht. Da sehen wir ein paar Bilder mehr von den ganzen Fahrzeugen. So, einmal anheben. Dann drehen wir einmal. So. Einmal wieder sinken. Ich warten jetzt eigentlich nicht. Ja, es geht. Ist ja ziemlich sanft gehalten, die Körper. Das muss man schon selber alles pressen. Da kann ich, das scheint schon voll in dreckig. Sprechen wir mal nach. Schauen wir mal, dass die Verschmutzung geht. Das kommt mir nur glatt stark vor. Äh. Nur ist eigentlich auch langsam. Und. 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 Aber du, das sind wahrscheinlich auch fertig. Und. 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 also wo sie auf jeden Fall sich auf Bergman kommt ganz gut bei euch aus wie es ausschaut das gefreut mich weil mit dem bisschen Upgrade jetzt macht auf Bergman auch wieder Spaß so wenn wir mal sagen jetzt sind natürlich die guten Sachen da so unternunterlosen müsste man schauen wie es in Bücken oder hier mal noch hatte ich schon so so ja das glaube ich ganz gut sind wir glaube ich ganz gut drauf haben ja doch das lassen wir gleich so dann mal so machen das ist eine größere Nahabnahme so das setzen wir aber noch ein paar sonst schon wenn wir so schräg hinschauen glaube ich muss ich ganz eh so am besten aus also gefallen mir am besten da vorne ist es wieder so ja mit einem guten Bündchen trifft ja doch wo es geht so fuhr ich war da nicht allzu groß jetzt oder doch die Mistquadran Schabocker wir fahren jetzt doch ein Körper du bist jetzt auch schon wirst so lange wir es kommen wir nicht zu steilen machen gehts wenn wir uns dann wenn wir uns ersparen fahren dann passt die Schwart auch wenn wir schwarten keine Frage naja wenn wir uns sagen heute auf instagram gesehen von ls mod company von engl der wo er top bau ein neues Frühlingsupdate für 23 wenn man schon denkt so hm perfekt kann ich dann schon bald wieder rein bauen aber ja es geht ja unter Anfangs sei jetzt irgendwie schnell das ist ja hauptsächlich das muss man sich dann nachstellen und das sage ich ich muss wie lange jetzt brauche ich das hier richten ein bisschen was schon 3 lange eine Stunde wahrscheinlich ganz ein bisschen mehr oder 2 Stunden wahrscheinlich weil ich schon braucht habe oder sowas das alles sauber nicht dran habe so mal zum Nachbarn neu fahren das ist unsere Frage na achter zu uns nicht aber ja was auf jeden Fall geplant ist dass wir schauen dass das ganze jetzt mal ein bisschen schneller voran geht das heißt dass wir ein bisschen mehr Garten machen und dass wir schneller wachsen weil da sich das aber schon so entlegen zieht äh braucht es ja auch nicht vor allem für die kleinen und älteren Maschinen haben wir ja ein 80er Projekt wie passt das und die anderen können wir ja dann schauen dass wir blöd wirtschaftlich sind das haben wir ja wie gesagt im falschen Projekt wie wir ja schon gesehen haben oder ebenfalls auch die Hakschnitzel kommt jetzt auch gut Geld drin das heißt da geht es auch voran und dann halt wir schauen dass das auch voran geht Maschinentechnisch sind wir ja auch so ganz gut ausgestattet gerade schon also da kann man nichts um aber auch wenn wir was Felder auch gehört und Biogas entlang und so weiter da schauen wir aber ja schauen wir was die Zeit bringt im Plan haben wir und dann passt die ganze Zeit und so lange hat mir natürlich Spaß daran und wenn sich das auch mal wieder verändert ist glaube ich der Spaß mehr erhalten als wenn ich keine Ahnung wie viele Folgen lang was einem in gleicher Sache rumgräppsch ist dann doch irgendwann ausgelaugt jetzt sagen wir hoch nein da hebt es gleichzeitig kann ich fahren ein bisschen früher auch gehen kann man hinten mal selber zu Ende schwaden und dann natürlich jetzt aber richtig schön über die Schwarz drüber kann man da lassen wieder wenn wir aber halten jetzt haben wir das jetzt auch erwischt jetzt haben wir das jetzt müssen wir das jetzt haben wir das vor dem dann jetzt jetzt Es ist aber auch aufregend, wenn ich es bereits so fahre. Na, Timo B, ja, ich weiß gut, wie viel ist es kostet? 500 Euro, eine halbe Million? Ja, eine halbe Million hat es gekostet. Wenn mich nicht alles täuscht. Dann bleibe ich schon nachher schon. So, dreimal geschwind. Die werden runter. Oh, nein. Jetzt schauen wir mal die selten Fahrräder zu machen, aber wir werden nicht mehr. Jetzt hört die schwarze Brot. Was die Fläche ausmacht. Eine Biogasanlage. 409, nicht einmal ganz. Nur 409.000, so hinten haben wir dann noch Güllenlager mit dabei. Am 8.60, das werden wir dann wahrscheinlich auch mitkaufen. Ja, knapp 500.000. Knappe halbe Million. Knappe halbe Million. Knappe. 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 Ich weiß nicht, ob man die anderen... Ball... Die anderen Windeln, ja, kann man sagen Die anderen Ballen werden noch wieder Und die dann verkaufen Dann kriegen wir auch ganz gut geht Weil die Fläche hab ich jetzt Heu gemacht für die Kühe Für die Mischration Weil, ich glaub, Heu haben wir nicht daheim geholt Stroh haben wir auf jeden Fall im Blattetim Das weiß ich, aber Heu glaub ich nicht Das ist das Strohlager Ich hab das andere nicht entdeckt Oder immer wieder vergessen Aber nein Ich war schon zehnmal dumm, dass ich vorher auch kein Heu gemacht Das heißt, wenn wo ein neues dazugehen ist Haben wir ein Heu-Lager noch nicht Ist ja einerseits so gut Weil dann muss es sowieso ein neues Platz hier Wie das Quaderballen Das andere ist ja gut Das andere ist ja gut Ich weiß gar nicht, gibt's den neuen Dingern aus dem Lenkzinger Warum Andersen DLC Den Wickelautomat, der wo es rund wickelt Ich glaub Da hab ich mir gar nicht mehr sicher Doch die gibt's noch Können wir auch mal wieder machen, ne? Ansonsten ist natürlich zur Auswahl Der hier Der kann natürlich rund und Quaderballen Und wir können die auch Das ist da jetzt der Unterschied Ist da jetzt der Unterschied? Ach so, der schiebt's dann Ding Sprit Aber ja So ist es in der Art mal wieder Ist mir wieder ganz was auch anderes Könnte man sich auch mal wieder ausschauen Dann hab ich im 19er Der war noch ohne Youtube Das war ganz am Anfang Ein Haufen Ballen gewidigt Aber das war noch Ach, wie hieß denn? Ich weiß gar nicht, wie es denn Wie die Karten hieß Ganz am, äh ziemlich zum Anfang vom Lenkzinger war das Da ist schon wieder jetzt eigentlich nie Da ist es schon gar nicht mehr Da sind wir schon über 23 Minuten Ah, sind wir schon über 23 Minuten Aber komm, die Schwaben noch mal fertig Denke ich mal Es, ja Noch einmal rauf, noch einmal noch Noch einmal rauf wahrscheinlich Dann war's ja so Jetzt da hängt man, dass wir jetzt schon 23 Minuten Fast 24 Minuten jetzt schon rum haben Ja Da fehlt die Zeit, die vergeht Das glaub ich schon gar nicht Ich weiß wie schnell wir da hin unterwegs sind, aber nein Ja Ich hab's ja ohne schön entwickelt So, da leh Ja, bei wenigstens, desto drüß ich Hier mal glaube ich Also einmal neu, roh, neu Und nochmal einmal roh wahrscheinlich Würden alles mitbringen Da ist noch ober Aber natürlich ist das möglich nicht Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, das 14 Uhr hinten, das brauchen wir jetzt nicht mehr schwarzen, das können wir dann auch so mit der Presse pressen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ah, so, fast halbe Stunde Folge, wir werden dann mit durch. Na ja, Mitte der Woche war es schon wieder rum. Ah ja, die Zeit war gut. Ja, dann sind wir am Ende unserer Wiesen angekommen, liebe Leute. Ich darf euch ganz herzlich fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe euch, es hat euch wieder Spaß gemacht. Hier hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wenn ihr nicht seht, solltet ihr noch mal arbeiten. Fahren mit dem Son, ne? Schon was Feins. Ah, ich glaube, es ist dann noch ein Schmarrer zusammen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen, Kommentare schreiben. Abonnieren nicht vergessen, weil dann sehen wir uns schon bald am Freitag zu der weiteren Folge. Da folgen wir uns in Staffel 2 und bis dahin, macht es gut. Haut rein und ciao, ciao. Willkommen so happen. Wir sind farmers, farmers, farming. We are farmers, farmers. 영 Servo. Vielen Dank.